Hi zusammen, herzlich willkommen in unserer Membox World Alpesrieden. Ich freue mich darauf euch heute unsere Location hier zeigen zu dürfen und ihr dürft mir gerade nachlaufen in unserem Membox Medium Space. Unsere Membox World in Alpesrieden ist für uns was ganz ganz besonderes, weil hier hat bei uns alles angefangen mit Meeting und Workshop Spaces. Als wir 2017 unsere ersten Räume hier eröffnet haben, haben wir sehr klein angefangen mit einem einzelnen Space und haben über die Jahre weg auf vier Räume komplett erweitert. Seit letztem Jahr ist unser letzter Space noch mit dazu gekommen und heute sind wir hier auf insgesamt knapp 600 Quadratmeter Meeting Fläche. Was wir hier sehen ist unser Medium Space. Unser Medium Space ist mit 60 Quadratmetern wirklich super drauf ausgelegt kleinere Gruppen zu beherbergen. Auch hier haben wir wie bei Membox einfach so üblich sehr sehr viel Visualisierungsfläche. Das Setup was wir hier momentan haben ist für Schulungen und Trainings gedacht. Das heißt hier kann sehr sehr fokussiert gearbeitet werden, aber auch für Workshop Formate in einem hybrideren Setup können wir hier sehr sehr gut arbeiten. Ich würde direkt weitergehen in unseren größten Space, den wir haben ist unser Large Space. Kommt mir mit nach. In unseren Large Space kommen wir direkt durch unseren Bistro Bereich rein, wie das auch in Zukunft für Membox einfach so üblich ist. Das Schöne wie gesagt, was ich auch gerade in dem Raum gesitzt hatte, ist unser größter Raum. Mit 260 Quadratmeter sind wir wirklich wirklich viel Grundfläche, was natürlich sehr viel Platz für Kreativität gibt, wie wir es bei Membox doch so oft einfach immer euch versprechen. Was man hier in dem Raum wirklich gut sieht, ist wie wir über die Jahre in Mac ausprobiert haben, welches Konzept einfach am besten für uns passt. Ihr seht einen visuell abgetrennten Bistro Bereich, dort sehr sehr viel Platz für Socializing, Kaffee trinken, Snacks einnehmen oder auch eben hinterher nach einer Veranstaltung mal einfach zusammen ein Apero einzunehmen und den Abend richtig schön ausklingen zu lassen. Das noch coolere an diesem Raum ist, wir schaffen es hier sehr sehr zentral zum Beispiel ein Plenum aufzustellen, haben auch hier Projektionsflächen und Wimmer im Raum. Das heißt, man kann den Tag tatsächlich gemeinschaftlich einfach mit einem kleinen Kick-Off starten und kann sich über den Tag hinweg dann in unterschiedliche Breakouts verteilen. Davon können wir hier drin sehr sehr leicht auch bei Gruppen bis 40 Personen mindestens sieben Breakouts machen. Soviel zu unserem größten Space. Ich würde direkt weitergehen, euch mitnehmen in unseren kleinsten Space, den wir hier in Alpes-Rieden haben, unseren Small Space. Unser Small Space ist perfekt für kleine Gruppen ausgerichtet. Das heißt, auch wenn man nochmal einen zusätzlichen Breakout zu denen hat, die wir schon im Raum haben, kann man hier den Raum einfach noch separat zu bieten. Wir sind hier auf 30 Quadratmeter. Da ist es einfach perfekt bis maximal sechs Personen hier drin, in irgendwelchen Veranstaltungen zu machen. Wer auch mal bei einem Breakout einfach die Türe schließen möchte, kann das hier natürlich auch gerne machen und das trotzdem immer noch nicht von seinem Bistro-Bereich abgeschottet. Weil es ja bei Manbox einfach so üblich ist, in jedem einzelnen Raum mit einem Bistro mit drin zu haben. Auch in unserer Manbox-World Alpes-Rieden haben wir immer noch die Möglichkeit, euch auch kleinere Breakouts in unseren Gängen auf... haben wir auch noch die Möglichkeit, euch Breakouts in unseren Gängen oder in unseren Gemeinschaftsbereichen einfach anzubieten. Das seht ihr hier jetzt direkt vor euch. Genauso kann man hier sich auch, wenn man möchte, in Pausen einfach mal kurz absetzen, um eben seinen Salat oder seinen Sandwich zu essen, je nachdem, was man natürlich als Catering hat. Der letzte Raum, den ich euch zeigen kann, ist unser X-Base. Unser X-Base ist Meeting-Fläche auf 180 Quadratmeter. 180 Quadratmeter bieten auch hier wieder wahnsinnig viel Fläche, auf der man sich ausdrucken kann. Man sieht es, man kann nur unterschiedliche Breakouts gehen, in unterschiedliche Formen stehen, sitzen oder einfach auch mal in einem schönen Lounge-Bereich, wie ihr hier hinter mir seht. Man hat einfach da die Möglichkeiten, sich auf unterschiedlichen Möglichkeiten wirklich super auszutauschen, Ideen sparrigend zu machen und einfach wirklich Ideen auch weiterzuentwickeln auf der anderen Seite. Wie üblich ist ja auch der Raum hier mit der Basistechnik von uns ausgestaltet. Das heißt, wir haben Beamer, wir haben Soundsystem. Das Ganze ist natürlich gerne auch bei einem unserer Partner jederzeit erweiterbar. Das war es von mir aus der Membox World in Alpes-Rieden. Das habe ich wirklich wahnsinnig gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Bleibt dabei, wenn ihr noch mehr über Membox lernen wollt in der nächsten Zeit. Ich freue mich drauf, euch noch mehr zeigen zu dürfen.